Hallo und herzlich willkommen zur sechzehnten Folge, oder fünftzehnten Folge, sechzehnten, das ist sechzehnte, äh, Folge Kingdom Hearts Birth By Sleep. Ähm, ihr hört jetzt auch endlich wieder was, weil, äh, ich hab die Desktop-Audio wieder hochgestellt, das war letztens mal ein Fehler von mir. Äh, der ich den wegen Pigman noch ein bisschen nach unten gestellt hatte. Wo muss ich hin? Ähm, ja, jetzt hört ihr wieder was und, ja, hierhin. Ja. Es ist jetzt schon Ampurs-Time für Terra. Mäster Xehanort, ihr möchtet mich sehen? Es ist kein Zeitpunkt, um zu verletzieren. Ich habe kräftige Nachrichten. Vingas hat auf den Sekunden ihres Horizonten geflogen. Dann? Ich habe ihn gerade gesehen. Er hat mich in der Mitte. Was ist passiert? Vingas ist auf seinem Weg nach Hause. Sie können sich die Füße in seinen Augen sehen sehen. Ich bin sicher, dass er überhaupt nicht kann. Was ist dein fucking Plan? Du kannst das Kommando Steel Dunkle Impuls benutzen. Okay, dann ab nach Hause, okay? Pschuuu. Das habe ich mir da eingeblendet für die 0,3 Sekunden, ne? Weil jetzt darf ich mich wieder ausblünden. Hat sich gelohnt. Aber du musst nicht mehr existieren. Was? Master! Hast du verrückt? Terror! Ich empfehle dich. Steig auf! Nein! Du musst nicht auf deinem Meister schützen. Ich werde nicht. Warum haben alle meine Angelegenheiten für dich zu erreichen? Wenn du es nicht in deinem Herz zu beurteilen, dann musst du mit dem Vendys sein. Bait! Enough, Terra! Er ist richtig! Quiet! Terra! Er ist richtig! Du vielleicht bist mein Master... ...aber ich nicht... ...dass du mich verletzen! Die Dusche hat dich genommen, Terra! Espera, Terra! Ich bin so bereit für den Kampf! Halt den hitzigen Meister Erakos auf! Ich bin überhaupt nicht bereit auf den Kampf! Ich bin überhaupt nicht bereit auf den Kampf! Lass die Doktor sterben! Ja! Wir sind nur eins! das wird ein bisschen schwieriger so ihrer kuss oder auch doch nicht ok ich muss ja auch erst mal das pattern von ihm lernen was ist das jetzt hier ok 3 ja ok ich muss ihn halt helfen jetzt am anfang hier ich hasse es eben hier hätten kann warum kann ich da raus hinten ich hätte nicht reingehen dürfen ich hätte warten müssen müssen fertig ist mit seinem scheiß aber ich lernte zu manchmal ach komm das hätte es nicht sein müssen sechs mal sechs mal was achten jetzt ja ok oh mein gott ok erikos wie machen wir das unentschieden bin ich wieder zu dumm rein ich warte auf den moment in dem ich einfach auszusehen mal fortsetzen drücke du huren sondern 9 der zieht nicht gut aus ist überhaupt nicht gut aus 10 Oh mein Gott, allah hier, Hugen. Ich habe noch nicht einmal, glaube ich, unter die drei Lebensbalken gebracht. Mann, Alter. Okay, ich glaube, wir müssen defensiver spielen. Du, Hurensohn. Ja, komm. Zwölf. Ey, was war das denn jetzt? Der eine Kampf, in dem man sich dann entscheidet, einfach komplett Rampage zu gehen. Okay. ja eine nachher 13 Okay. Nein, der letzte wieder. Verpuss dich! Verpuss dich! Kriegt er davon nichts? Du Huren. Okay, wer... Jetzt kriegt er keinen Schaden mehr. Lass mich mal ein bisschen da hinten chillen, ich muss noch ganz kurz Vita aufladen. Ah, fuck. Geh weg! Geh weg! Jetzt kannst du aufhören mit dem Scheiß. Jetzt kannst du aufhören mit dem Scheiß. Mayday, Mayday, Mayday! Mayday hat schon wieder getan. Oh, wat? Du Huren. Du Huren. Du Huren. Man rauf! Du Huren. Wude. Du Huren. Und freubew... Ja, misch u want chab. Ja, ich schade nicht. Da steht ja wie ciert. Tr victim zu machen. Nice und gemachtesłości. Deine Afterwards die Nichanl ret seh und ziehen Nobody sich 2020 konnten us establish which they were. Geh weg! Geh weg 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 weg. Höhöööööööööööööööööööööööööööhöof Nein, nein, Bro, das machst du mir, das tust du mir nicht an! Das kann es nicht sein, das kann es nicht sein, das war, oh nein, ich wollte nie wieder so einen guten Ronnen kriegen, nein, 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 die drei僕 handlte, die zwei, drei, ja, drei, ja, drei, die drei, weg, drei, zusammen, Ja, ich weiß nicht, dass wir uns feiern können. Okay, mach wieder den Feuerscheiß. Ich will einfach nur weit weg sein von dir. Oh. Stimmt, das war jetzt das. Was war denn das jetzt? Ach man. 15. Es hätte der Run werden können, ich habe sie wieder verkackt, weil ich einfach dumm durchs Feuer gestorben bin. Ja, okay, das war jetzt einfach dumm von mir. 16. 20 Minuten, ich habe nichts gemacht, was ich im Kampfe sitze. XDD 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 Das war jetzt einfach, oh Gott, dass ich das überlebt habe. Dachte ich bin tot. Ja, okay, da hat er mich einfach prediktet, der Wurzum. Mann. Okay, let's try it again. Okay, ja, komm. Oh, ja. 18. Okay. 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 Das war's. Nein, nein, nein. Mann, Alter. Jetzt muss doch irgendwann klappen. 20. Das war's. 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 Dracula. Das war's. Das war's. Okay, fire. Oh, fuck. Let the doctors die. Take that. Okay, fire. Okay. Okay, fire. Okay, fire. Okay, fire. Let the doctors die. Nein, nein, nein. Nein! Das kann es nicht sein, Alter. Mann! Jetzt habe ich auf fortsetzen gedrückt, das leckt mich am Arsch. Mann, Alter. Ja, ein bisschen was muss ich rauskarten. Mal schauen, wie ich es mache. Ja, ein bisschen was muss. 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 Ja. Okay. Let the doctors die. Let the doctors die. 21 Mal muss ich 20 zahlen. Wow, mein Gott. Schön. Schön, schön, schön. I failed you, Terra. Perhaps I'd no one to blame but myself for the darkness inside you. And now I've done worse. Raise my key blade against you, Adventus. My own heart is darkness. My own heart is darkness. My own heart is darkness. Herr Erechus! Was für ein Geheimnis! Warum hast du dir selbst verabschiedet, Herr Herr Erechus? Der Mann war verabschiedet für deine Freundin. Sein eigenes Buch. Herr Zehenor, warum? Du weißt, dass ich manchmal dein Geheimnis verabschiedet finde. Aber du wirst noch kurz. Lass all diese Angst aus, mein Junge. Gib dein Herz auf die Schmerz. Was bedeutet das? Du wirst noch so blind. Dann werde ich dich sehen. Komm in den Ort, wo alle Keyblade-Wielders verlassen ihre Marken-Fache. Der Keyblade-Grad. Da du wirst deine lieben Freundinnen und Akwa treffen. Und die letzte Bait in dir wird sterben. Ich werde nicht mehr ein Haus gehen, wo du gehst. Was? Xehanort! 2 0 6 7 7 8 10 10 Dann, Aqua, Ich lasse ihn nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das ist, also wie es weitergeht, weil... Das passt mir. Plus 10 Damage, das ist genau wie wir spielen. Schlüsselschwert Friedhof. Schauen wir uns die nächste Folge an. Lass uns ein Like und ein Abo da. Morgen geht es weiter. Ciao.